Das Vogelnestchen Der Geheimer Rat von Treuhold besaß ein schönes Landgut in einer sehr angenehmen Gegend. Von Zeit zu Zeit kam er aus der Residenz dahin, um auf einige Tage die Landluft zu genießen und sich von seinen Geschäften zu erholen. Als es wieder Frühling war, nahm er seine zwei kleinen Söhne, zwei liebliche blühende Knaben, das erste Mal mit dahin. Beiden gefiel es auf dem Lande ganz unvergleichlich. Der große Garten am Hause, die grünenen Startfelder und die blumigen Wiesen entzückten sie. Über alles ging ihn aber das nahe Wäldchen voll Eichen, Birken, Erlen und blühender Gewüsche, durch das mehrere reinlich mit Kies bestreute Wege führten. Die beiden Knaben lebten wie neu auf. Eines Tages ging der Vater mit ihnen in das Wäldchen und zeigte ihnen ein Vogelnestchen. Das nette Nestchen und die fünf zarten jungen Vögelchen, denen die Alten, die gar nicht scheu waren, Futter zu trugen, machten den Knaben unbeschreibliche Freude. Der Vater setzte sich hierauf mit den zwei Knaben auf die steinerne Bank unter einer alten Eiche am Ende des Wäldchens, wo man eine sehr schöne Aussicht in das kleine freundliche Tal hatte. Ich will euch einmal von einem Vogelnestchen erzählen, sprach er, und ich denke, ihr werdet die Erzählung sehr merkwürdig finden. Die Geschichte hat sich hier in dieser Gegend zugetragen. Beide Knaben waren sehr begierig, die Geschichte zu hören, und der Vater erzählte. An einem schönen Frühlingsmorgen vor etwa 40 Jahren saß unter eben dieser Eiche ein armer Knabe und hütete die Schafe. Er las dabei in einem kleinen Büchlein und war so vertieft in das Lesen, dass er fast nicht aufblickte. Von Zeit zu Zeit warf er jedoch einen schnellen Blick auf seine Schafe, die auf den geblümten Rasen hier zwischen den Wäldchen und dem klaren Forellenbache dort weideten. Als er wieder aufblickte, stand ein überaus schöner junger Herr, der wie Milch und Blut aussah, in einem grünen, goldgestickten Kleide vor ihm. Es war der Erbprinz, der damals noch nicht zehn Jahre alt war. Der Hirtenknabe kannte ihn aber nicht. Er meinte, der freundliche junge Herr gehöre dem Forstmeister, der manchmal in Geschäften auf das benachbarte fürstliche Jagdschloss kam. Guten Morgen, junger Herr Forstmeister, sagte der Hirtenknabe und zog seinen Strohhut ab, setzte ihn aber folglich wieder auf. Kann ich ihm womit dienen? Sag mir einmal, sprach der Prinz, gibt es in diesem Wäldchen wohl auch Vogelnester? Das ist eine seltsame Frage für einen jungen Forstmann, sagte der Knabe. Hört er denn nicht die Vögelein singen? Freilich gibt es Nester genug hier, jedes Vögelein hat sein Nestlein. Nun, so wirst du wohl auch ein Vogelnestchen wissen, sprach der Prinz freundlich. Oh, ein wunderschönes Nestlein, sagte der Knabe freudig. Das Schönste, das ich in meinem Leben gesehen habe. Es ist so nett, aus gelblichen Halmen geflochten, wie gedrechselt und außen auf das Zierliche mit Moos bekleidet. Und Eilein sind darin, fünfe an der Zahl. Die sind fast so schön blau, wie der helle, klare Himmel, der hier durch die Eichenblätter scheint. Das ist schön, sprach der Prinz. Komm und zeige mir das niedliche Nestchen, ich bin sehr begierig, es zu sehen. Das glaube ich wohl, sagte der Knabe, ich zeige es ihm aber nicht. Du darfst es nicht umsonst tun, sprach der Prinz. Ich werde dich gewiss dafür belohnen. Das mag wohl sein, sagte der Knabe, ich zeige es ihm aber doch nicht. Jetzt trat der Hofmeister des Prinz näher, ein ehrwürdiger, geistlicher Herr in einem dunkelfarbigen Kleide, den der Hirtenknabe bisher nicht bemerkt hatte. Sei nicht unartig, Kleiner, sagte er. Der junge Herr hier sah in seinem Leben noch kein Vogelnestchen, so viel er auch schon davon gesehen hat. Schon lange wünschte er eines zu sehen. Mache ihm diese Freude und führe ihn hin. Er nimmt es dir nicht. Er will es bloß ansehen. Er rührt es nicht einmal an. Der Knabe stand auf und nahm den Hut ab, ohne ihn wieder aufzusetzen, schüttelte aber den Kopf und sprach, Es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Ich zeige das Vogelnest nicht. Das ist sehr unfreundlich, sagte der Hofmeister. Es solle dir ja eine Freude sein, anderen Freude zu machen, zumal unserem geliebten Erdprinzen. Ist der junge Herr der Erdprinz, rief der Knabe und verbeugte sich aus Ehrerbietung sehr tief. Es freut mich, den Herrn Prinzen kennenzulernen, aber das Vogelnestchen zeige ich ihm doch nicht und wäre er der Fürst selbst. Der Prinz sprach verdrießlich. Einen halsstarrigern, eigensinnigern Knaben habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Allein wir werden ja wohl Mittel finden, ihn zu zwingen. Lassen Sie das gut sein, Prinz, sagte der Hofmeister. Auch ihn befremdete die feste Weigerung des Knaben. Er sprach daher zu ihm. Kleiner, nur das Einzige, sag uns. Warum willst du das Nest hier nicht zeigen? Dann wollen wir gern weitergehen und dich in Ruhe lassen. Wenn du, was ich mir aber kaum vorstellen kann, irgendeine vernünftige Ursache dazu hast, so sage sie. Hm, sagte der Knabe. Die kann ich wohl sagen. Der Michel, der da drüben am Berge die Ziegen hütet, hat mir das Nestlein gezeigt und ich habe ihm versprochen, es keinem Menschen zu verraten. Das ist etwas anderes, sprach der Hofmeister. Endes wollte er die Ehrlichkeit des Knaben, die ihm sehr gefiel, noch weiter auf die Probe stellen. Er zog seine Geldbörse heraus und sprach. Sieh, hier dieses Goldstück. Dieses soll dein sein, wenn du uns das Nest zeigst. Du brauchst ja deinem Michel nichts davon zu sagen, dass du es uns gezeigt hast. So weiß er nichts davon. Ei, bedanke mich gar schön, sagte der Knabe. Nein, nein, da wäre ich ja doch ein Schurke. Und das will ich nicht sein. Michel möge es wissen oder nicht. Was helfe es mir, wenn es die ganze Welt nicht wüsste, wenn aber ich und Gott im Himmel es wüsste, dass ich mein Wort gebrochen habe und ein schlechter Kerl sei. Pfui! Du weißt vielleicht nicht, was dieses Gold wert ist. Sagte der Hofmeister. Wenn du Küpfermünze dafür einwechselst, so bringst du sie in deinem Strohhut da nicht alle hinein. Er würde aufgehäuft voll. Das wäre schön, sagte der Knabe und betrachtete das Goldstück. Freilich, da hätte mein armer Vater eine große Freude, wenn ich auf einmal so viel Geld heimbrächte. Er sah ein wenig nach und rief dann heftig. Nein, weiche von mir, Versucher! Hierauf sagte er aber sehr sanft. Der Herr muss mir verzeihen. Er macht es gerade so, wie jener Unhold in der Wüste es auch sagte. Dies alles will ich dir geben. Kurz und gut, ich gab dem Michel die Hand darauf, das Nestlein nicht zu verraten. Ein Mann, ein Wort und hiermit Ade! Er wollte gehen. Jetzt kam der Jäger, der den Prinzen bediente und in einiger Entfernung zugehört hatte, herbei. Er hatte den Sinn des Hofmeisters, den Knaben zu prüfen, wohl gefasst, machte ein grimmiges Gesicht, packte den kleinen am Arm und sagte mit seiner tiefen Bassstimme, »Rosa Bube, so begegnest du dem Prinzen, der einmal Fürst des Landes wird. Den zerlumpten Ziegenhütten dort am Berge ziehst du ihm vor. Auf der Stelle zeige das Nest oder ich hau dir einen Flügel vom Leibe.« Er zog den Hirschfänger. Der Knabe erblasste, zitterte, bebte und flehte, weinend und schreiend, »Oh, Pardon, ich bitte um Pardon!« »So zeige das Nest, Bube,« rief der Jäger, »oder ich haue.« Der Knabe hielt beide Hände vor, schaute mit blinzelnden Augen auf die blanke Klinge, rief aber dabei immer, »Oh, ich kann nicht, ich darf nicht, ich tue es nicht.« »Nun genug«, sagte der Hofmeister und hieß den Jäger einstecken. »Sei still, Kleiner, es soll dir kein Leid geschehen. Du hast dich wohlgehalten, du bist eine ehrliche Seele. Bitte deinen kleinen Freund erst um Erlaubnis und dann komm und zeige uns das Nestchen. Das Goldstück mögt ihr dann miteinander teilen.« »Gut, gut«, sagte der Knabe, »heute Abend noch sollt ihr Antwort bekommen.« Der Hofmeister ging mit den Prinzen zurück auf das fürstliche Jagdschloss, auf dem sie erst gestern angekommen waren, den Frühling auf dem Lande zuzubringen. »Die Ehrlichkeit des Knaben«, sprach der Hofmeister unterwegs, »verdient in der Tat Bewunderung. Sie ist ein Edelstein, dessen Wert nicht genug zu schätzen ist. Der Knabe hat die Anlage zu einem großen Manne, zu einem festen, unerschütterlichen Charakter. So findet man unter einem Strohdache oft Tugenden, die man in Palästen manchmal vergebens suchen dürfte.« Der Hofmeister erkundigte sich bei dem Schlossverwalter näher nach dem Knaben. »Der Knabe«, sagte der Verwalter, »ist sehr brav, er heißt Georg. Sein Vater ist ein armer Rechenmacher, aber einer der rechtschaffendsten Männer weit umher.« Abends, als die letzte Lehrstunde des Prinzen geendet war, trat er an das Fenster. »Aha«, sagte er, »der kleine Georg wartet schon auf uns.« Er hütet seine kleine Herde nächst dem Wäldchen und blickt immer herauf gegen das Schloss. »So wollen wir denn hören, welche Antwort er uns bringt«, sprach der Hofmeister. Beide verließen das Schloss und gingen dem Wäldchen zu. Der kleine Hirtenknabe sprang ihnen voll Freude entgegen. »Dem Miche ist alles recht«, rief er schon von Weitem. »Er schalt mich ein dummen Jungen, dass ich den Handel nicht so gleich einging. Und dann das Trinkgeld mit ihm teilte. Aber es ist doch besser, dass ich meinen Miche zuvor davon gesagt habe. Ich kann nun das Nestlein mit Freuden zeigen. Komm ja also nur mit mir, Herr Prinz.« Georg lief voran, dem Wäldchen zu. Und Prinz und Hofmeister gingen ihm langsam nach. »Sieht er dort das gelbliche Vöglein auf dem Erl in Zweige, das so fröhlich singt?« sagte Georg zum Prinzen. »Dem gehört das Nestlein, das ist das Männchen. Nun müssen wir aber leise gehen.« Auf einer lichten Stelle des Wäldchens stand zwischen dunklen Schatten ein Weißdornstrauch. Mit den glänzend grünen, zierlich ausgeschweiften Blättern und einer Menge weißer, kräftig duftender Blütentrauben in vollem Glanze der untergehenden Sonne. Der kleine Georg deutete mit dem Finger in den Strauch und sagte leise zum Prinzen, »Da, guck er einmal hin, Herr Prinz. Das Weibchen setzt wirklich auf den Eiern.« Der Prinz sah es setzen. Es flog aber sogleich fort, und der Prinz hatte an den zierlichen Halmennestchen und den netten Eierchen eine herzliche Freude. Der Hofmeister machte manche schöne Bemerkungen darüber. Hierauf sagte er zu dem Knaben, »Jetzt komm mit uns dorthin unter die Eiche, die versprochene Belohnung im Empfang zu nehmen. Das Gold könntest du aber mit deinem jungen Freunde nicht teilen. Ich will dich daher in Silber bezahlen.« Er nahm eine Geldrolle aus der Tasche und zählte dem erstaunten Knaben hier auf der steinernen Bank unter der Eiche den Betrag des Goldes in lauter, neu geprägten Sechser-Kreuzerstücken vor. »Teile aber richtig mit Michel,« sagte der Prinz. »Auf Ehre,« sagte der Knabe, dankte und sprang mit dem Gelde fort, als ob er es gestohlen hätte. Der Hofmeister forschte nach, ob Georg mit den anderen Knaben richtig geteilt habe. Er hatte ihm nicht ein Stück zu wenig gegeben. Seinen Anteil aber hatte er seinem Vater gebracht und kein einziges Stück für sich behalten. Der Prinz kam nun alle Tage in das Wäldchen, um nach dem Nestchen zu sehen. Die alten zwei Vöglein scheuten sich, da er ihnen nicht so leid tat, bald gar nicht mehr vor ihm. Mit tausend Freuden bemerkte der Prinz, wie die kleinen zarten Vöglein aus den Eierchen krochen, wie alle die gelben Schnäbelchen weit aufrissen und alle zusammen laut piepten, wenn die alten Nähnfutter brachten, wie die jungen Vögelchen immer größer wurden und zarte Federchen bekamen, und wie sie endlich eines Tages unter großem Jubel der Alten den ersten Ausflug wagten und sich auf die nahen Zweige der Bäume setzten, die alten aber sie immer noch fütterten. Der Hofmeister und der Prinz trafen den Knaben, der seine Schafe bald da, bald dort weiden ließ, öfter an. Es gefiel dem Hofmeister sehr wohl, dass der Knabe immer sein Büchlein bei sich hatte und sehr fleißig darin las. Du weißt dich gut zu unterhalten, lieber Georg, sagt er zu dem Knaben. Doch lies mir einmal eine Stelle. Der Knabe las laut und mit großem Eifer, musste aber doch hier und da ein wenig buchstabieren. Nun, sprach der Hofmeister, es geht so ziemlich. In welcher Schule hast du das Lesen gelernt? Ach, sagte Georg, ich bin noch in gar keiner Schule gekommen. Es ist so weit dahin und da hätte ich zu viel Zeit versäumt. Ich musste im Winter zu Hause beständig spinnen. Auch wer möchte, mein Vater, das Schulgeld nicht zu bezahlen. Da habe ich dann meinen guten Freund, den Michel, der sehr gut lesen kann, angesprochen, es mich auch zu lehren. Er lehrte mich die Buchstaben kennen und sie zusammen buchstabieren. Ich habe das kleine Büchlein da, in dem schon Michel das Lesen gelernt hat, bereits dreimal ausgelesen. Allein es ist nunmehr so beschmutzt und zerrissen, dass man viele Buchstaben nicht mehr recht deutlich sieht. Darum ist es auch nicht leicht darin zu lesen. Als der Prinz den Hirtenknaben Georg wieder einmal antraf, zeigte er ihm ein neues ungemein schön in roten Safjahren mit goldgebundenes Büchlein. Dies will ich dir einstweilen leihen, sagte er. Sobald du aber eine Seite ohne Fehler lesen kannst, so darfst du es behalten. Der Knabe war sehr erfreut und fasste es mit spitzigen Fingern so zart an, als wäre es von Spinnenweben und könnte leicht beschädigt werden. Am anderen Tage eilte Georg dem Prinzen, sobald er ihn erblickte, entgegen. Sie! rief er. Der Mann hatte ihm gesagt, dass er den Prinzen nicht er nennen dürfe. Ich will Ihnen von den ersten sechs Blättern des schönen Büchleins hier eine Seite, welche Sie wollen, ohne Fehler lesen. Der Prinz schlug eine Seite auf und Georg las sie ohne Anstand. Der Prinz schenkte ihm das Büchlein und der Knabe hüpfte vor Freude. Eines Morgens kam der Fürst zu Pferd und nur von einem Reitknechte begleitet, ganz unvermutelt auf dem Jagdschlosse an. Er wollte sehen, wie der Prinz sich befinde und welche Fortschritte er im Lernen mache. Bei Tische erzählte der Prinz von dem niedlichen Vogelnestchen und dem ehrlichen Hirtenknarpen. Der Fürst hörte mit Wohlgefallen zu und bewunderte die Ehrlichkeit des Knarpen. In der Tat, sagte der Hofmeister, seine Ehrlichkeit ist bewährtes, reines Gold. Der Knabe gäbe einmal für unseren geliebten Kronprinzen einen treuen Diener ab, auf den er sich verlassen könne. Und da Gott den armen Knaben auch vortreffliche Talente verliehen hat, so wäre es zu wünschen, dass er studieren könnte. Allein sein Vater ist sehr arm. Es wäre aber doch schade, wenn der Knabe, der so talentreich und so ehrlich ist, in der Welt nichts weiter werden sollte als ein Rechenmacher wie sein Vater. Der Fürst trat nach der Tafel mit dem Hofmeister an ein Fenster und redete einige Zeit allein mit ihm. Hierauf befall den Knaben zu rufen. Georg kam und war hoch erstaunt, als er in den prächtigen Saal trat und den schönen, ansehnlichen Herrn mit dem Stern an der Brust erblickte. Der Hofmeister sagte dem Knaben, wer der Herr sei, und der Knabe neigte sich fast bis zur Erde. Nun, Kleiner, sprach der Fürst sehr freundlich, wie ich höre, hast du große Freude an den Büchern. Hättest du wohl Lust zu studieren? Ach, sagte Georg, wenn es ansonsten nichts fehlte als an der Lust dazu, so würde ich heute noch ein Student. Aber mein Vater hat kein Geld, da fehlt's. Nun höre einmal, sprach der Fürst. Ich will versuchen, ob wir einen Studenten aus dir machen können. Der Herr Hofmeister hier hat einen Freund, einen trefflichen Landpfarrer, der fähige Knaben in sein Haus aufnimmt, sie in den Gelehrten Sprachen unterrichtet und sie auf die höheren Studieranstalten vorbereitet. Diesem Pfarrer werde ich empfehlen. Für bezahlende Kosten werde ich sorgen. Wie gefällt dir der Vorschlag? Der Fürst erwartete, der Knabe werde sich sehr freuen und diese Gnade mit beiden Händen ergreifen. Allein der Kleine hatte zwar anfangs freudig gelächelt, machte aber sogleich darauf ein sehr wehmütiges, betrübtes Gesichtchen und schwieg. Was ist dir? sagte der Fürst. Es scheint, du möchtest lieber Weihnachts lachen. Was hast du? Lass er mal hören. Ach du mein Gott, sagte Georg, mein Vater ist so arm. Was ich den Sommer über am Hirtenlohn und den Winter über mit Spinnen verdiene, hat er höchst nötig. Es ist zwar nur wenig, alleine könnte es doch nicht entraten. Du bist ein guter Knabe, sagte der Fürst höchst freundlich. Diese deine kindliche Liebe zu deinem Vater ist mehr wert als die kostbarste Perle, die sich in meiner Schatzkammer befindet. Was denn das deinen Vater angeht, wenn du deinem Schäferstab und dein Spinnrad mit der Feder und den Büchern vertauschest, das werde ich ihm ersetzen. Ist so recht? Der Knabe war nun vor Freude fast außer sich. Er küsste dem Fürsten voll des innigen Dankes die Hand, benetzte sie mit Dankestränen und sprang fort, die erfreuliche Nachricht seinem Vater zu bringen. Weiterauf kamen Vater und Sohn, vergossen Freudentränen und konnten ihren Dank für eine so große Gnade vor Weinen fast nicht aussprechen. Auch Herr von Treuhold konnte Vorrührung nicht weitererzählen. Er hatte auch Tränen in den Augen und schwieg. Nun, sagten die Kinder, die Geschichte ist noch nicht aus. Wie ist es mit dem braven Hirtenknaben Georg weitergegangen und was ist aus ihm geworden? Nun, liebe Kinder, sagte der Vater, jener Hirtenknabe war ich. Der edle Fürst, den ihr nicht mehr gekannt habt, nahm mich, nachdem ich meine Studien verendet hatte, in seine Dienste. Da er mit meinen treuen Diensten zufrieden war, so erhob er mich in den Adeltstand und ernannte mich zum Freiherrn von Treuhold. Er ist bereits vor zehn Jahren gestorben, sein Andenken aber wird nie sterben. Mein Dank und der Dank des ganzen Landes folgt ihm noch in die Ewigkeit. Jener kleine Prinz, den ich hier unter dieser Eiche das erste Mal sah, ist unser gegenwärtiger, gnädigster Fürst. Der Herr Pfarrer an unserer Hauptkirche, dieser wahrhaft hochwürdige Geistliche, der eine so väterliche Liebe gegen euch zeigt und euch in der Religion unterrichtet, war jener Hofmeister. Benutzt auch ihr die Talente, die Gott euch verliehen hat, liebste Söhne. Lernt fleißig, seid immer ehrlich und treu und vor allem vertraut auf Gott und bittet ihn um seinen Beistand. So wird er auch euren Fleiß und eure Treue und Redlichkeit reichlich segnen. Ja, das wolle er, der gütige Gott. Was der Vater nicht mehr sagte, muss hier auch noch beigefügt werden. Der geheime Rat von Treuhold war, weil er unbestechlich war, seinem Fürsten treu diente und ihm immer redlich die Wahrheit sagte, ein großer Segen für das ganze Land. Seine beiden Söhne traten in die Fußstapfen ihres Vaters ein und wurden sehr edle, rechtschaffende Männer. Einer wurde fürstlicher Rat, der andere Offizier. Und beide wurden wegen ihrer Kenntnisse und Diensttreue allgemein geschätzt. Sie waren die Freude ihres Vaters und die Stütze und Krone seines Alters. Musik Amen. Amen.